Hallo und herzlich willkommen auf meiner Homepage. Mein Name ist Melanie Meilinger, bin 28 Jahre alt und komme aus Müllbach-Mochkönig. Seit 2011 bestreite ich nationale und internationale Buckelpisten-Wettkämpfe. Mit der Teilnahme bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang konnte ich mir meinen Kindheitstraum erfüllen. Da die Disziplin Buckelpiste ein Schattendasein führt, möchte ich euch gerne einen kleinen Einblick geben. Es gibt einzelne Parallelbewerbe in der Buckelpiste. Im Durchschnitt ist eine Buckelpiste zwischen 200 bis 250 Meter lang und die Buckel sind im Abstand von ca. 4 bis 5 Metern. Im ersten und letzten Drittel gibt es zwei Schanzen, auf der jeweils unterschiedliche Sprünge gezeigt werden müssen. Die Bewertung setzt sich aus 60% der Technik, 20% der Zeit und 20% aus den Sprüngen zusammen. Bewertet wird das Ganze von Kampfrichtern, die sich im Ziel befinden. Mein Ziel sind die Olympischen Spiele 2022 in Peking. Bis dahin möchte ich alles dem Sport unterordnen. Wenn auch du dich für meinen Weg interessierst, dann würde ich mich freuen, dich regelmäßig auf meiner Homepage begrüßen zu dürfen.